Oh, hier bei der Brücke, bei der Brücke. Schon wieder tot, ey. Matze, bei der Brücke. Ja. Das Fandrom, Alter, scheiße, Mann. Oh! Nein! Nein! Lasst mich! Lasst mich! Verschut mich! Machst du Leben? Hey, wie kam der denn angesprungen? Na klar, na klar, du fehlst mir noch, du Idiot. Warte, ich mach den. Bin einfach weg. Hier ist Leben bei mir. Mhm. Ich hab schon Flutungsschaden. Oh! Das läuft wieder mal unten. Mann! Ich verrecke an den Flügel. Geil, ne? Oh, Mann. Am Blut, ja. Das ist ein paar Brennungen. Das zwängt wieder an, ey. Du Scheiße, ey. Ey, wieso hat er mich nicht voll geheilt? Das macht er nicht mehr. Das macht er nicht mehr. Das macht er nicht mehr. Ach so. Ich glaub, der macht nur noch 200 Lehm oder so. Ach so. Scheiße. Da vorne ist ein Dings. Aber was du für ein Pech hattest. Was? Erst mal Brennungen und dann direkt Flutschirm. Dann kommt die Eifel. So, ich hab jetzt ne scheiß Blitzbombe. Ich schmeiß das mal weg. Was hab ich? Oh, ne Chaosbombe. Ich schmeiß das mal weg. Ich kann meine Sachen nicht mehr widerschen. Wie doof ist das denn? Hier war da auch noch was. Eine Hivebombe. Wo ist mein Hammer? Oh. Oh. Ist doch ne Chaosbombe. Ach so. Ja. Meine eigene sogar. Gar nix. Mein Hammer. Mein Hammer? Den hab ich doch irgendwo hingelegt. Einfach nochmal. Ach hier. Ja. Gut. Ich hab. Bestens. Oh. Jetzt muss ich sagen. Das war keine Chaosbombe. Das war echt. Ne. Ich war. Ach. Ey. Die stand hier. Alter. Hab ich mich erschrocken. Ich hab nen Headshot gekriegt. Alter. Ich wurde erschrocken. Alter. Ich hab mit dir gleichzeitig nen Headshot gekriegt. Boah. Mann. Ich hätt fächern sollen ey. Hast du was? Feuer oder sowas? Zum reinwerfen. Ich hab ne Biene. Ja genau. Oh. Ne Biene. Ich schmeiß da ne Biene rein. Was? Was? Ich war eigentlich oben. Du. Ah. Bist du jetzt gestürmt? Ja. Der ist glaube ich hinten rausgerannt. Ne. Beide unten. Beide hier unten. Irgendeiner jammert mit Bienen. Vorsicht. Da hat wirklich ne Schrotflinte. Ja. Ja. Der wohnt also wieder. Nein. Meine Bienen. Nein. Boah. Ich blut schon wieder. Ich blut schon wieder. Ach man. Boah. Ich bin tot. Nein. Karstas. Mann die Bienen. Hast du Haftmine? Haftbombe? Haftbombe? Also da versteh ich die Fragen nicht immer. Achso. Ja. Es war mehr so Smalltalk. Ich wollte Small. Ja. Es ist ne Notlösung. Guck mal ob ich ne Neuhaftbombe krieg da hinten. Was machst du da? Hä? Ich nicht. Ich renne hier durch. Hast du das gehört? Ja. Ich wollte dich grad fragen. Was machst du denn du? Was ist denn das? Was war denn das? Als einer. Als ob da einer. Ey. Ich hab keine Ahnung. Unterirdisch aushebelt oder irgendwas. Ne. Das hat sich für mich angehört. Als ob da einer dreimal hintereinander oder viermal hintereinander ein Käfig anzündet. Oh. Ich schlag daneben. Oh. Wie. Jetzt knall ich die auch ab. Das ist so sinnlos. Das ist so viel. Kacke. Bist du das lebensmüde rauszurennen? Mit 100 HP? Ja. Was soll ich denn sonst machen? Da drinnen um. Drinnen oben. Ach ja man. Finde Zeit für einen Slack. Ein kleines Leckerli zwischendurch. Was denn für ein Leckerli? Du bist tot? Ja klar. Ich bin tot. Achso. Ja. Hast du es nicht mehr gekriegt? Nein. Da fehlt dir ja jetzt 100 Leben oder? Ne. 75. Ok. Das ist gut. Mh. Ich darf bloß nicht nochmal sterben. Du warst den Dicken als Leckerli ne? Ja. Deswegen sag ich ja. Na feiner Herr. Ja. Oh nein. Mann. Nur da dachte du zu mir, warum gehst du so oben zu lebensmüde? Geil ey. Ja mach die fertig, lass mich erstmal liegen. Man findet Zeit für einen Leckerli. Ja. Jetzt. Jetzt. Ähm. Schatze. Oh. Geil. Ich dachte mir, hat die Ruhe weg. Hahaha. Die Ruhe hat die Ruhe weg. Hahaha. 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 Wohl mal die Kotze hier. Ah. Ok. War jetzt gleich ein Ausgang. Ja das Fans haben sie auch zugemacht. diesen kleinen Schlitz, den sie an der Treppe erst hatten. Ja. Stimmt. Schade. Ja. Warum? Warum macht die sowas? Weiß ich auch nicht. Das fand ich auch nicht schlecht so das Ding. Du konntest drausschießen, aber du hast es auch erlebt, dass du schon von dort durch erschossen worden bist. Das fand ich so ein bisschen so noch eine kleine Raffinesse an diesem Haus hier. Ja genau. Finde ich schade, dass die so die Häuser deswegen umgestalten. Mhm. Ja gut, dass er in, im Dings, im Waffenlager, da bin ich schuld glaube ich. Hahaha. 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 Guck dir Micha an, schön braun von der Sonne. Ja. Naturverwöhnt. Hahaha. 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 Das ist ein legendäres Kind, glaube ich, ne? Mhm. Nach CR. Er sieht's, wenn's dunkel wird. Hahaha. 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 Haha. Ich hab' mich verlassen, dass du jetzt eine mitnimmst. Echt? Keiner darf Bombe mit. Naja. Ich hab' eine Giftbombe dabei jetzt. Schlagen wir mal halt auf die altmodische Art und Weise. Ich hab' auch dafür ne Erstickungsbombe dabei. Herzlichen Glückwunsch. Hahaha. Da kam schon ein Schuss an. Echt? Ich hab' so'n Schuss, Schussgeräusch gedacht. Oder hat keiner's? Oder war der Katsching von der Kasse? Nee. Das war danach. Ehrlich? Nichts gehört. Hä? Ja, aber, kann erstmal sein. So, Schalldämpfer mäßig. Komisch. Oh, doch. Tatsache. Oh, oh. Ich häng' mittendrin. Ich häng' mittendrin. Achso. Wir müssen ja jetzt wieder ein paar Gänge zurückdrehen. Ja. Nicht so laut spielen. Ja. Ganz toll. Blöde Kuh. Okay. Soll ich's da abknallen mit der Leuchte? Jetzt. Jetzt hat's geklappt. Ich steh' mal auf. Ich guck' mal. Oh, pass auf. Falle, Falle, Falle. Ich hab's grad rechtzeitig entschärft. Ja. Nein. Jetzt los. Aber zeig mir das trotzdem jetzt mal ganz kurz. Ja, komm mit. Komm. Wenn du hier reingehst, kannst du hier ganz oben hochblättern. Hier und dann? Weil wenn du hier mit einer Shotgun sitzt, kannst du schön... Hier guckt ja nicht so schnell einer hoch, oder? Oh meinst du das? Ja. Ja, okay. Hey Leute. Aber... Aber... ... 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